Tage Und immer nah am Menschen, bei den Bedürfnissen und Wünschen, das Glas halt voll. Halbleer, wir helfen, tragen, leicht und manchmal schwer. Es sind alle bereit, alle bilden den Weg, den wir beschreiten, als den jeder lebt. Wir sind der Ort, an dem alles passiert. Wir sind nah, wach und engagiert. Menschen pflegen, ihnen im Innen begegnen. Eine Zeit lang sie begleiten, zum Teil auf holprigen Wegen. Direkt mit allem Respekt gegen die verborgenen Sorgen. Ein Schritt nach den anderen, heute ist heute, morgen ist morgen. Voll Vertrauen zu leben und Gesundheit zu sein. Das spüren wir in unseren Gängen und Glück stellt sich ein. Bei Tag wie bei Nacht, an jeder bestimmt, wohin wir gehen. So können wir uns zusammen bewegen und bleiben nicht stehen. Und immer nah am Menschen, bei den Bedürfnissen und Wünschen, das Glas halb voll. Halbleer, wir helfen, tragen, leicht und manchmal schwer. Es sind alle bereit, alle bitten den Weg, den wir beschreiten, als den jeder lebt. Wir sind der Ort, an dem alles passiert. Wir sind nah, wach und engagiert. 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 Wir spielen noch schnell leise, mit dem so ein Modellion. Wir sind nah, wach und engagiert. Wir sind nah, wach und engagiert. Wir sind nah, wach und engagiert. Vielen Dank.